Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Tram Simulator Düsseldorf, vierte Folge, letzte Folge. So, auf zum Scheißemachen in diesem Spiel. So mache ich es übrigens ab sofort immer. Drei Folgen, was sinnvolles und dann die vierte Folge Scheiße bauen. Habe ich jetzt so beschlossen. So, komm hier, lad mal. Was ist das denn hier für ein Laden? Oh Gott, nein! Gar, der war so schlicht. So, hier sind wir mit unserer schönen Straßenbahn. Schön! So, mal gucken, was wir jetzt für eine Scheiße machen können. Ähm... Ich muss das Video aufhellen, da muss ich unbedingt an denken. Äh... Key... Zack, zack. Äh, ich kann wieder überhaupt gar nichts erkennen. Irgendwelche Lichter muss ich jetzt hier noch anschalten. So. Äh... Das an... Das an... Hazard Lights, komm, geh aus. Kack Dingens. Äh... So. Right Mirror, nein, 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 nein. Eigentlich sollte er jetzt anfahren. Sehr schön. So, komm hier, komm hier, ich möchte halt noch was schaffen. So, wir halten natürlich nicht, ne, wir gucken natürlich jetzt, was an Geschwindigkeit hier geht. So. Ich möchte die ganze Runde in dieser Runde einmal scha... In dieser Aufnahme einmal schaffen. Ja, 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 ja. So. Scheibenwischer noch angemacht, sonst beschwert sich das Spiel wieder ohne Ende. La, 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 Mörike Straße. Ihr Wichser! So. Ich hab schon. Ruckel, ruckel, ruckel. Eckart hier so um die Schiene. Ich hab's uns jetzt geschafft, meine Grafikkarte zu übertakten und deswegen läuft das Spiel jetzt mit 34 Frames. Oh. Ja, das war jetzt blöd. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir voll drauf hatten. Halt die Fresse, scheiß Oma! So, natürlich nicht schneller als 40. Wenn ich genau 40 fahre, passt das mal wieder nicht. So. Vollgas. Gas! Gas! Nein, nein, nein! So, warum klopfe ich eigentlich die ganze Zeit hier so auf den Tisch? Das macht irgendwie voll Spaß. Genauso wie sie jetzt... Okay, ich muss damit aufhören. So, da ist... Wie hieß die? Fickt euch! So. Das Ding fährt ja doch punktgenau 80. La, la, la. Was hat man denn hier? Komm schon! Oh. Oh, 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 oh. Oh, Mist. Wie ich das hasse mit dem Runterfahren, da hat man gar keine Zeit zum Bremsen, ey. Ja, ja, 60, halt die Fresse. Fänges, komm, auch... Ah, ich bin zu schnell. Ah, dieses Spiel so scheiße! Äh, 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 so. Meine Fresse. Ja, 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 klappe zu. So, 57. Your train has derailed! Äh, äh. So, komm schon hier. Jetzt kann man mal Gas geben, wieder auf 80 hier. Fickt euch! So. Wie kein Spritzer. Nächste Station. Theodor Heussbrücke. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next stop. Theodor Heussbrücke. Exit right. Hier Pfosten steht an einer Brücke! Oh, da ist die Brücke. So, ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Goldsheimer Platz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Goldsheimer Platz! Gah! Next stop. Goldsheimer Platz. Exit right. Exit right. Exit wrong. Ha, ha, ba-dum-pf. Okay. Äh, Pfosten. Ha, ha, ha. Nächste Station. Kennedy down. Kennedy down. Schicht in Fahrtrichtung rechts. Next stop. Kennedy down. Jalalalalala. Hier fürst nach Schlächer spitze. Nächste Station. La la la. So viel ist in dieser Straßenbahn gar nicht. Victoria Platz Kleberstraße. Exit right. Oh, ne, hier muss ich noch nicht bremsen. Gleich dahinter muss ich erst bremsen. So Hier hinter der Kurve muss ich nämlich bremsen, weil ich sonst aus der Schiene rausfliege und da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf Oh, äh Nee, hier war das noch nicht Es ist weiter hinten So, komm schon Exit left Es klingt so, als hätte ich gerade einen Schwanz aus dem Mund gezogen bekommen Exit left Voll freudig Exit left Scheiß Schlampe Ja, 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 ist zu spät Kackprogramm, ey Ist doch schön Try again Wie ist das, wenn das so ein Level wäre hier? Kackspiel Ja, halt doch die Fresse Meine Fresse Kackspiel Kackspiel So Ich bin schon wieder zu spät Ich passe einfach So, ganz ruhig Meine innere Mitte finden Ach, fick dich! Ich bin ganz ruhig Ganz ruhig Ah, jetzt, ja, ja, jetzt haben wir mal erfahren Und halt die Fresse Kackspiel Your train is derailed Und hier hinter muss ich ja eh wieder bremsen Das ist das erste Mal, dass ich von alleine weiß, dass ich hier irgendwo stehen bleiben muss So, jetzt kommen wir hier nicht angepimmelt Dass ich entgleist bin Sonst knödel ich dieses Spiel durch meinen Denstaller Aber instant So Jetzt müssen wir hier mal ein paar Machtsmorte sprechen Meine Fresse, ey So, jetzt bin ich gespannt, was passiert Weil hier ist jetzt irgendwo Ende Ja, danach kommt Düsseldorf Hauptbahnhof Und da ist die Bahn noch zu Ende Und da bin ich echt gespannt, was passiert So, kommt schon Düsseldorf Auch nur nicht Die danach aber Oststraße Wo ist mein Schwanz? Oh Ja, endlich Sie haben Umsteigemöglichkeiten Zur Straßenbahn Zum Schwanz Und zum Pinnen Meine Fresse, ey So, jetzt bin ich aber echt gespannt Also hier irgendwo müsste jetzt Ende sein Gucken, was passiert Ich fahre Und ich fahre Was? Da war aber jetzt kein Signal, dass ich entgleist bin Oder Ich glaube, die hat ziemlich auf die andere Seite gesetzt Kann das sein? Nächste Station Düsseldorf Hauptbahnhof Ja, hat mich zurückgesetzt Und jetzt fahren wir zurück Meine Damen und Herren Ich bin der schnellste Trampfahrer der Welt Nächste Station Oststraße Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Next Stop Oststraße Exit right So, Oststraße Danach kommt's Ich hab's schon wieder vergessen Straße Steinstraße Steinstraße Steinstraße, genau Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Next Stop Steinstraße Königsallee Exit right Ganz genau So, meine Nase ist wieder zu Ich muss mir gleich mal Nasenspray rein tun Also war das jetzt hier hinter mit den 40 Ich meine hier hinter war das Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher Nee, doch nicht Äh, dumm, 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 dumm Dumm, 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 dumm Ah, hier war das Nicht ausrasten So, während die hier mal mit 40 weiterknödelt Oh, ich bin mal gerade was Nasenspray Eine Sekunde Weil sonst überlebe ich hier die Aufnahme nicht Ich mute mich mal gerade Ihr müsst das ja nicht mitkriegen Boah, schön mit 90% Alkohol drin So richtig gedaggisch hier Boah Das Zeug ist so eklig Aber es umwirkt Leider So, hier muss ich nämlich wieder bremsen Ich wusste es Ich wusste es Ja, die Selbst in der Vollbremsung hat man keine Zeit dazu Aber gar keine Zeit Da kriege ich so einen Hals Ist ja noch schlimmer als Omsi teilweise Ah, nein, 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 nein Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Bitte Töne es mir nicht an So, du, ist das die vierte und letzte Folge Denn da geht es glaube ich nicht weiter Es sei denn, dieses Video kriegt 60 Aufrufe Dann geht es weiter mit dem Let's Play Nur dann frage ich euch nur noch ganz ernsthaft Was soll ich zur Hölle bitte machen Weil hier Oststraße, Düsseldorf, Messe Düsseldorf, Messe, Messe, Düsseldorf, Düsseldorf, Messe, Messe, Düsseldorf, Düsseldorf, Messe, Düsseldorf, Messe, Düsseldorf, Messe, Düsseldorf, Messe Ich meine ja nur so So, jetzt muss ich mir gerade die Nase putzen Weil das Nasenspray wird Eine Sekunde So Ist auch gerade nochmal gestorben Kennedy da So Und gerade muss ich nochmal niesen Und zwar Hans-Peter Niesen Okay, den versteht keiner Und die muss auch keiner verstehen Den Witz Und das war auch gar kein Witz Das war einfach nur flach Ich lebe mich jetzt einfach mal hier zurück Und mach gar nichts Und ich kommentiere das jetzt einfach mal ganz still Ja, so meine Damen und Herren Sie sehen hier wie eine Straßenbahn Hier durch die Stadt fährt Wie bei der Lampe Cobra 11 Und ja, meine Damen und Herren Hier kommen wir direkt zur nächsten Station Und die ist Da sind wir jetzt auch dran vorbei Meine Damen und Herren Und wie Sie jetzt hier sehen Theodor Zeussbrücke Da sind wir gar nicht drunter durchgefahren Weiter geht's hier Eigentlich sollten die Autos jetzt rechts fahren Aber es gibt gar keine Autos Deswegen fährt die Straßenbahn geradeaus weiter Und versucht geradeaus in Richtung Messeplatz zu kommen Während die Frau versucht mich zu unterbrechen Hier fahren wir auf den Mittelstreifen Der natürlich grün begrast ist Damit keiner Sau auffällt Dass da drunter Atombomben versteckt sind Und hier ist diese eine Straße Von der wir gerade gesprochen haben Und sie rast einfach mit 80 Stundenkilometern Unglaublich schnell durch die Straßen von Düsseldorf weiter Und oh mein Gott 60 Oh, und hier wird der Fahrer etwas tun Nein, er tut nichts Er tut nichts Okay Die Straßenbahn ist aus Aus, aus Die Straßenbahn ist aus den Schienen So There we go I will Okay, ich kann den Text nicht So, ja, hier Und weiter geht's auf vollbeschleunigen Und dann lehne ich mich wieder zu kommentieren weiter Da kommt so, wenn ich nur Wieder nur Quatsch rum Aber das ist mir eigentlich ziemlich scheißegal So, meine Damen und Herren Es geht hier weiter mit 80 Stundenkilometer Hier über die Kreuzung Und die Dame versucht wieder einen zu unterbrechen Hier kommen natürlich direkt die Zäune Damit keiner hier auf die Straßenbahnschienen drauf läuft Und da kommt die Station Natürlich sind alle Signale auf grün Weil keine Sau da ist Die noch irgendwie lebt Außer die gingen natürlich alle an der Straßenbahn Die die Atombombe überlebt haben Weil die Dinger sind ja atomsicher gebaut So Hier Da durch die zwei komischen Löcher Die im Rasen sind Hier über den Bahnüberkehr Pff Eine Person mitgenommen Jetzt hier links raus Auf die andere Seite In Richtung Messegelände Der Atomzug fährt In Richtung Messegelände Keiner unternimmt Was die NSA wusste Das ist schon vor drei Jahren Hier wäre eigentlich 40 gewesen Aber den Fahrer interessiert Ist ein Scheißdreck Weil er trotzdem durchgekommen wäre Selbst wenn er Über 40 gefahren wäre So Jetzt muss man hier wieder beschleunigen Ne Ganze Kacke So So Weiter geht's So Komm schon Warum zieht sich dieses Spiel so Hör auf mich zu unterbrechen Du Sau Pisser Nächste Station Esprit Arena Messe Nord Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Next Stop Esprit Arena Messe Nord Ja Ich bin der Jürgen Ich fahre ja Straßenbahn Ne Schon seit Jahren Ich habe ja auch nichts anderes zu tun Ne Und deswegen lehne ich mich jetzt hier so Sehr främter Seite Ja Und Ja Ich arbeite jetzt für RTL Nur weil ich es kann Ne Und hier diese Lichteffekte Die kommen alle von RTL Und hier auf meiner Stirn Das ist so schön Weil RTL das gemacht hat Ich verschluckt Scheiße So Das Räume Has Die Räume Schön Interessiert Kein So Komm schon Oh 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 Fuck 20 war das Ja Stimmt Ja Halt die Fresse Jetzt auf den letzten Metern Ey Komm schon Nein 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 Das ist zu schnell 20 ist zu schnell 99 9 geht So Hey Du scheiß Arsch Spiel Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann Tschüss Kackdex Game Dich Scheiße Tschüss Tschüss